So, wir haben hier den Markus Spiegel und der steht hier an einem außerplanmäßigen Ladestopp. Erzähl mir, was passiert ist. Ja, auf der Anzeige stand 15% Restkapazität und ich war der Meinung, die 6 Kilometer zum Hotel reichen noch und in der Steigung wurde die Sirung plötzlich langsamer, bis sie stehen blieb. Und jetzt sehen wir hier bei einem netten Gasthaus, wo ich nochmal anstecken darf und... Ja, jetzt laden wir halt zwischen, gell? Laden wir halt zwischen. Wirtshaus Locherboden heißt das. Das Witzige ist, die haben schon zu. Wir haben gerade noch die Wirtin erwischt, die hat uns noch die Steckdose gezeigt. Steckdose. Genau. Und jetzt, wie lange glaubst du, lädst du? Ja, halbe Stunde circa. Halbe Stunde, das ist kein Problem, ja, das klappt schon. So, also ich lasse dich mal laden und in der Zwischenzeit gehe ich mal einchecken, damit wir wenigstens ein warmes Zimmer heute Abend haben. Bis später, tschüss.